LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL neuen spannenden Runde. Lego Jurassic World. Hey, wir haben uns alle wieder eingefunden hier im Park. Momentan läuft es ja so ein bisschen drunter und drüber. Der Strom ist zwar mittlerweile wieder an, aber wir sind immer noch ein bisschen so ja, im Gehege gefangen, sage ich mal. Zumindest mit diesen dreien hier. Und da müssen wir natürlich selbstmöglich versuchen, mal wieder rauszukommen. Denn wenn hier ein Dinosaurier vorbeitrampelt, ist das natürlich nicht so ganz so gut. Wobei ich gerade glaube ich das Gefühl habe, dass wir gar nicht mehr in dem Gehege sind. Ich glaube, wir haben uns gerettet, Leute. Ich glaube, wir sind draußen. Was ist das? Was müssen wir da machen? Verwende eine Irgendwas-Brille wie die, die Blababla hat. Oh, der sieht aus wie ich. Um in dunklen Gebieten seht... Wie geil. Ist das der hier? LOL. Der hat ja die Brille. Nice. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das aufkriegen. Ähm. Ich glaube nicht. In dunklen Gebieten. Ja, aber welche? Aber wir bauen den Baseball. Wir bauen den Baseball. So, da ist der Baseball. Bauen! Oh, ähm. Der kommt wahrscheinlich hier vorne hin. Zack. Und dann wird gedreht, liebe Freunde. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das da drin aussieht. Loll. Ist ja cool. Wie cool ist das denn? Also ganz ehrlich, so eine Brille habe ich mir als Kind auch immer gewünscht. Ist das nicht toll? Einfach mal so eine chillige Nachtsichtbrille. Da brauchst du auch keine Angst mehr haben, wenn du nachts auf dem Flur rumläufst, dass da irgendwie ein Monster kommt, weißt du? Jetzt ist alles super. Warte mal, wofür brauchen wir den Schlüssel? Äh. Ah. Ich kenn mich aus. So, einmal wieder drehen. Super machst du das. Super macht ihr das, Freunde. Nee, zeig mal her. Die Augen auf die Zukunft gerichtet steht die John Hammons-Statue vor dem Hammons-Schöpfungslabor. Also erinnert noch an seine Herzblut, seine Leidenschaft und seine Fantasie. Cool. Cool. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Wir haben ihn sofort wieder zurück. Versprochen. Ähm. Geil. Und warum ich schon wieder? Warum immer ich, Leute? Ich versteh's nicht. Aua. Oh. Ja, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr mit Würstin spielt, Freunde. Habt ihr jetzt davon. was ist das? Ein Velociraptor. Ja. Hä? Lecker. Lecker. Oh, oh. Ach du Scheiße. Oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Achso, okay. Entschuldigung. Äh, nein. Nein, mach das nicht. Nein, das ist nicht gut. Weg, 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 weg. Okay, wir müssen hier... Ah, warte. Komm schon. Oh, oh. Sehr gut. Schnell. Los. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm doch mit. Okay, hier brauchen wir ihn für. Aufpassen. Sehr geil, wie geil. Oh, oh. Ähm. Ich glaub, da kommt jemand. Ich glaub, da will jemand spielen. Äh. Ah, sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Okay. Jetzt Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Oh, hier können wir weiter. Sehr schön. So, da müssen wir da vorne wahrscheinlich das Ding wegschieben. Ah, komm schon. So, ist fein. Oh, jetzt hier lang, komm. Oh, oh. Das war ich nicht. Das war der Wind. Äh, das war... Das war der Wind. Oh, oh. Okay, komm. Komm, schnell, 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 schnell. Okay, super. Das klappt doch gut. Das klappt doch sehr, sehr gut. Ja, klar, wie schnell kann er denn kriechen, bitte? Oh, oh. Wir machen zu viele Geräusche. Oh, shit. Oh, nein. Es ist ein Kängurizerabtor. Okay, jetzt ganz ruhig, bitte, ja? Ich weiß, du bist ein kleines Kind. Du kannst das nicht so gut, aber wir müssen einfach ruhig sein. Oh, nein. Da brauchen wir sie. Ähm. Ja, toll. Okay, dann können wir den schieben, oder? Sehr gut. Jetzt können wir hier vorbei. Komm, 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 komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Komm schon. Warte mal, können wir da auch... Da können wir auch irgendwie lang? Also, das möchte ich ja noch erdenken. Warum liegt da oben eigentlich... Das ist ein Tintenfisch. Okay, ich dachte, das wäre ein Frosch. Wie kommen wir denn da hin? Hier kommen wir anscheinend nicht. Schade. Können wir auch nicht kaputt machen. Ah, doch. Oder? Nee, doch. Können wir nicht. Okay, können wir nicht. Och, Manu. So, und jetzt? Ah, hier. Schnell, 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 schnell. Ein bisschen Tempo, wenn's geht. Ah, okay, das muss er rein. Da sind wir der richtige Junge für. Voll geil mit dieser Night Vision. So. Dann bauen wir mal kurz eben was zusammen hier. Schönes Ikea-Regal. Ähm. Was ist das? What the fuck? What the fuck? Eis? Ernsthaft? Ähm. Geil. Wie geil ist das denn? Und jetzt? Jetzt haben wir einen ausgeschaltet. Ja, aber was mit dem anderen? Oh, oh. Ah, okay. Jetzt können wir geradeaus. Pst, 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 pst. Ruhig, 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 ruhig. Ganz vorsichtig. Nein, 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 mein Freund. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wow, 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 alter. Erschreckt mich doch nicht so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ich muss mal kurz noch was zusammenbauen hier. Hier für dich. Ähm. Und jetzt? Ah, okay. Hahaha. Hahaha. Wie geil. Zum Kontrollraum. Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Türschwässer. Hahaha. Als Opfer. Aktivieren die Türschwässer. Das schaffst du doch niemals allein. Komm schon, das werden wir ja wohl hinkriegen, Alter, oder nicht? Ja, ich bin doch dabei, Mensch. Wir sind doch unterwegs. Wir müssen erstmal das ganze Gebäude hier kaputt machen. So, zack, zack, zack. So, fertig. Jetzt können wir das hier auch ziehen. Äh, schieben, meine ich. So. Aaaaaaah. Komm schon. Hauptsache so ein riesiger Stecker einfach. So, jetzt. Sehr schön. Okay, 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 ey. Ellie, 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 ey. Wir müssen jetzt ganz schnell machen. Komm, 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 komm. Oh, nein. Was ist denn jetzt los? Mach schon, Lex. Oh mein Gott. Alter, mit dem Controller ist das so schwer, ne? Wir haben gerade mit unserer Mega-Technik unser IT-System gehackt. Hä? Hä? Okay. Nur noch ein bisschen Zeit. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Gleich sind wir da. Du hast uns das alles eingebrockt, du Dickie. Oh. Wie süß. Okay, das sind die Bälle zerratoren, oder? Okay, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Ein bisschen durchhalten noch. Jawoll. Ja, klar. Wo hat er denn die Mütze her? Hat er sie selbst gestrickt, oder was? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Äh, es klingt auf jeden Fall nicht so ganz so gut, aber da müssen wir ja mit den Kleinen lang, ne? Das kennen wir ja. Okay, wir haben die Tür noch nicht ganz zu. Dann machen wir mal lieber hinne. Aber bevor hier irgendwas passiert, speichern wir mal kurz. Hallo. So, zack, 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 zack. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Mach schnell, Tümmel. Tümmel. Okay. Äh, wir brauchen ein Stäbchen. Was kriegen wir hier? Mach die Kamera an, dann geht's los. Okay, ab mit dem Licht. Okay, haben wir das Ding? Jawoll. Sehr schön. Wir sind gleich fertig. Nur noch ein bisschen. Okay. Computer Nummer zwei. So, zack. Ja, du, du weißt Bescheid. Ach du Scheiße. Warum ich? Okay, weiter, 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 weiter. Oh, leck mich doch am Arsch. Ach so, okay. Wir müssen die Reihenfolge machen, okay. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Bisschen durchhalten, Ellen. Ach du Kacke. Okay. Ich glaub, ich hab's. Es müsste die richtige Datei sein. Ich hoffe mal, sonst sind wir gleich richtig am Arsch. Oh mein Gott. Jetzt aber, oder? Ja. Funktioniert. Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was wir wollen. Ähm. Ich glaub, der Kaffee, äh. Ähm. Kaffee? Oh Gott. Okay, hier können wir schreien. Sehr schön. Sehr schön. Okay, können wir die kaputt machen? Nee, können wir nicht. Okay. Hier brauchen wir noch einmal Strom, oder? Oder wie sieht's aus? Ach nee, wir können glaub ich wieder zurück. Telefon! Telefon! Upi! Die sollen sofort die Hubschrauber her schicken. Ach du Scheiße. Er kommt durch die Scheibe! Ähm, Leute. Ellen, Ellen! Mach hin! Los! Bau schneller! Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Leiter, oder was? Okay, okay. Hopp, 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 hopp. Nein, Tobi! 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 Ach du Scheiße. Ja, äh, äh, sieht nicht so sehr stabil aus. Okay, okay, was wir... Ganz schnell, ganz schnell, bevor die jetzt wieder um die Ecke kommen, weil da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will kein Hackfleisch sein. Sehr schön. Oh, oh. Ja, natürlich! Mann! Da könnte ich ausrasten, Bobbo-Hut. Okay, danke. Äh. Okay, was machen wir? Ja, ein Kot-Haufen! Oh, nee, ist kein Kot-Haufen. Oh, oh. Kuscheln! Okay, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Ganz tapfer bist du. Ich seh nix. Hä, warum? Oh mein Gott. Nein, das ist keine gute Idee. Okay, 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 wir sind frei. Was brauchen wir? Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Ja, ich bin dabei! Ich weiß nicht, ich kann zaubern, oder was? So, komm drüber hier. Kommt! Alan! Oh mein Gott. Okay, wir sind so weit, so gut. Ach ja, was auch sonst, Mensch. Wollen die heute wieder alle kuscheln, ne? Die wollen wieder alle richtig kuscheln. Ich hab keine Liebe für dich. Nein! Nein! Weg, 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 weg!